Hallo Tetris Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr am besten einen Tetris Klon auf eurem Windows Rechner spielt. Es ist ganz simpel, die Version ist auch sehr, sehr gut, kommt den Tetris Classic eigentlich 1 zu 1 nach. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Ihr braucht nur zwei Dinge, ihr braucht einmal das Spiel selber und wenn ihr mit einem Controller spielen wollt, dann braucht ihr natürlich auch noch die Software für die Controller. Im besten Falle ist dafür geeignet ein PS3 Controller, den benutze ich auch, ich könnte aber auch einen PS4 oder PS5 Controller nehmen. Es ist ganz simpel, ihr ladet euch hier auf der Seite, wie auch unten verlinkt, den Download für den Controller runter und auf der Seite hier klickt ihr einfach auf oben rechts auf Code und dann könnt ihr hier die Zipper unterladen. Wenn ihr das getan habt, dann erhaltet ihr diese zwei Ordner hier, links der Ordner für den Controller Setup. Da klickt ihr einfach auf SCP-Driver und installiert das Ganze. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr schon das Spiel starten. Und dann sieht das Ganze so aus und dann könnt ihr direkt schon mit dem Controller loslegen. Das war's auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.